Herzlich Willkommen zu unserer ersten Folge Call of Duty! Ihr seht jetzt hier ein paar Gameplays, die sind nicht wunderbar gut gespielt, aber... Vor allem das hier. Was? Vor allem das hier gerade. Ja, eine Zeitlupe, ne? Ja, das ist nicht so toll. Ja, egal. Boah, du hast lieber gezielt, du hast trotzdem getroffen, ey, was... Ja, Nosecope, ist doch cool. Das ist eine Schriftmitte, das geht so. Woah, woah, woah. Jo, oh, Bro, ey, bis 50 Meter von ihm entfernt, triffst trotzdem besser. Eigentlich wollten wir nur wissen, ob wir öfters so Call of Duty oder andere Sachen bringen sollen, weil, ja, okay, wir laden in letzter Zeit sowieso nicht so viel hoch, aber... Ja. Woah, 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 woah. Wenn wir mal Bock hätten, dass wir dann auch mal was anderes starten. Oh, ey, jetzt wird's heftig im Minigun, ey. Woah, woah, woah. Ja, genau, das ist das Gute. Woah, oh Gott. Oh Gott, und noch mehr Tod. Woah, Scheiße. Woah, du bist so geil. Woah. Ja, genau, ich hab das Ganze erspielt auf dem PC, also nicht rumflamen. PC ist hundertmal schwerer als auf der Playstation. Woah, als Herr, du bist geil. Darf ich dich anfassen? Nein. Schade. Oh, und du bist tot auch. Das, das, das... Ach, das war eine Granate, was war ich denn? Oh, jetzt wirst du Granate und, 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 und. Oh, 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 du killst einen, aber ohne Granate. Du musst nicht alles kommentieren. Doch. Das ist nicht sonderlich gut. Doch. Das ist der Sinn davon. Da, siehst du, du hast einen getötet. Siehst du, du hast auch einen getötet, obwohl du gar nicht gezielt hast. Woah, noch einer. Ende.